Der FC Bayern darf sich auf Extramillionen aus dem Transfer von Robert Lewandowski freuen. Trifft der Barca-Stürmer weiter, klingelt die FCB-Kasse. Der Abschied von Robert Lewandowski im Sommer hat dem FC Bayern sportlich wehgetan. Immerhin wurde der Rekordmeister mit einer Ablöse von 45 Millionen Euro entschädigt. Lewandowski ist Geschichte in München. Dennoch beobachten die Bayern Lewandowskis Entwicklung seit seinem Wechsel zum FC Barcelona ganz genau. Das hat nichts mit Verbundenheit oder gehegter Sympathien für den Polen zu tun, dahinter steckt ein rein finanzielles Interesse. Der FC Bayern profitiert nämlich von Lewandowskis Toren und könnte in den nächsten Jahren mehrere Millionen Boni erhalten. FC Bayern kassiert dank Lewandowski-Klausel bis zu 5 Millionen Euro Boni. Trifft Lewandowski weiterhin wie am Fließband, winden den Bayern bis zu 5 Millionen Euro. Wie die Sport Bild erfahren haben will, hat Sportvorstand Hasan Salihamidzik einen Deal mit Barcelona ausgehandelt. Demnach kassieren die Münchner 1,25 Millionen Euro extra pro Saison, in der Lewandowski mindestens 25 Tore erzielt. Der Pole hat in Barcelona einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Lewandowski traf in der Primera Division bereits 12 Mal, in der Champions League sind es 5 Tore. Macht insgesamt 17 Treffer. Es fehlen also nur noch 8 Levitore und der FC Bayern kassiert ab. FC Bayern kassiert extra Millionen, 25 Lewandowski-Tore nötig. In beiden Duellen gegen den FC Bayern blieb Lewandowski allerdings ohne Treffer. Der Superstürmer machte gegen Matthies Delikt, die Bayern investierten die Lewandowski-Kohle vor der Saison in einen neuen Abwehrchef, 67 Millionen Euro Ablöse, keinen Stich. Der Pole lamentierte wegen der aus seiner Sicht harten Gangart des Niederländers. Untertitelung des Niederländers.